Musik Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 3, da hat es... Oh, da haben die Ghoul was ausgelöst, würde ich mal sagen. Die Ghoul sind Ghoulmatsch. Ah! Der war echt schlecht. Nee, den Ghoul lasse ich mal am Leben. Ich brauche jetzt nicht noch unbedingt irgendwie Leute, die ich... Die ich aufschrecke. Ähm, das war falsch. Hier muss ich rein. Mann, verpiss dich! Shit, keine Muni mehr. Äh, b-b-b-b-b-b-b... Waffen... Ja, es macht fast keinen Schaden. Ah! Ah! Na toll, hat's auch gebracht. Der hatte nur ein Nagelbrett. Toll, w-wieso sind hier so viele Super-Mutanten? Jetzt muss ich ja aufpassen. Öh, falsche Richtung aufgegangen. Neben Lügen wie im Kongress. Moment, das kann man noch lesen. Hilfe! Lügen wie im Kongress. Okay. So, da können wir wieder so ein Tübchen freischalten. Oh! Küche sieht schon viel besser aus. Okay. Gucken wir mal. Nehmen wir Codes. Keins richtig. Scheiße. Loll! Cool, stark. Also erst falsch und dann komplett richtig. So. Dann wollen wir mal gucken. Metro, äh, Protektron aktivieren. Aktiviert. Rolltreppen einschalten. Ah, verdammt. Brauchen wir auch. Okay. Holen wir den wieder raus. Leer. Leer. Schreibtisch, da ist was drinne. Oh, ein Metro-Ticket. Das nehmen wir mit. Leer, 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 leer. Leer, leer. Oh. Schrotpatronen. Die sind gut. Keine Antwort. Bedrohungs-Level Omega. Tödliche Gewalt. Genehmigt. Gut. Dann gehst du halt da lang. Ist auch gut. Bitte weitergehen. Jaja, bitte weitergehen. Geht da schon mal ein Sicherheits-Äffchen. Okay. Öffnen. Tür. Shit, 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 shit. Oh, du Pissnelke. Ich schieße dir doch in den Kopf. Alter, daneben. Nee, wieder daneben. Doch. Abgesiegte Schrotflinte. Nur acht. Hier ist keiner. Okay. Nee. Nein, abgebrochen. So ein Kack. Perfekt. Die Muni nehmen wir mit. Die Muni nehmen wir auch mit. Stutz-Bandagen. Whisky. Den können wir mitnehmen. Den können wir nämlich noch trinken. Ohne Pistole. Jetzt gucken wir mal kurz. Waffen. 32er. Habe ich keinen Schuss. Nehmen wir mal die hier. Weil, äh... Ich will nicht das Jagdgewehr benutzen. Das hat nämlich noch gut. Dampfanzeige. Super. Ist wieder so schwer. Ja, gut. Nehmen wir mit. Die Metallkiste ist leer. Das ist ein Rotz. Brauchen wir hier nicht mitnehmen. Okay. Hier ist keiner. So haben wir wenigstens wieder eine... In den Kopf. Ne, geh weg. Geh weg. Geh weg. Alter. 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 Bleib doch nicht stehen. So eine Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Kopf treffe. Kann ich gar nicht verschießen. Den konnte ich gar nicht mehr verballern. Medics. Haben was besseres. Ohne Spittergeraden. Warte, die nehmen wir mal mit. Wir wissen ja jetzt, wo wir den ganzen Kram hinpacken können. Und Stimpack, die nehmen wir mal mit. Oh. Psycho nehmen wir auch mit. Bufferhaut nehmen wir mit. Redex. Erste-Hilfe-Kasten. Nehmen wir alles mit. Redaway. Das ist gut. Das ist gut. Whisky. Leere Whisky-Flasche. Jet. Oh, Medics. Da. Scotch. Schmutziges Wasser. Scotch nehmen wir auch mit. Für Gewicht. Haben noch genug. Im Nachladen. What the fuck? Da kann ich mich jetzt erschrocken. Den. Kopf. Schuss. Mist. Komm, Alter. In die Nüsse. Toll, nur noch vier Schuss. Shit. Waffe im Arsch. Waffe im Arsch. Habe ich keine Muni für. Scheiße. Scheiße. Nehm. 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 Steinhartes... fall... ...oogst. Oh du Pissnölke Shitix Nehmen wir das hier eben Das ist ein Geschützturm Scheiße Nehste kaput Nachladen Nachladen Idiot So ich Krieg keinen mehr mit Was Last Meister Rüstung Ja Haben wir nochmal 32 Kaliberschuss Jetzt gucken wir mal kurz Wieder Waffe ändern Kann man sich auch leider nicht auf eine Ah gut wir haben für die Pistole wieder Munition Mit der Pistole gehe ich viel lieber um Ist das noch Sind das leere Flaschen Ja leere Brauseflasche Medex hat nachgelassen Oh 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 Da war Wasser Weg von Wasser Leute Sag ich euch nur Da liegt ein toter Ghoul Also ist hier wieder nicht zu spaßen Kronkorken 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 Munitionskiste Okay Mitnehmen Mitnehmen Sturmgewehr Wir haben ein chinesisches Sturmgewehr Ich füge mit 8-7 Nehmen wir mal mit Okay hier liegt ein Raider 7 Millimeter Perfekt Oh dessen Arm wurde aber komplett abgesägt Ach man Willst du mich verarschen? Status Zustand Verkrüppelt Na super Ich hab nicht mehr viel Hab nicht mehr viel Scheiße Hilfe AP Ah TP Aber Rad Medex Schadensresistenz Mann Ich muss jetzt Komm Oh das war zu schnell Red Away Stats Effekte Red Okay ich brauch unbedingt Äh Ne Halleluja Hab ich da nochmal Glück gehabt Ey Runde Fleisch und Haarklammer Wilder Ghul Der hat nochmal einen Krunkhock Die scheiß Raider ey Die scheiß Raider ey Oh verdammt Oh mein Gott Das wird eng Dass ich das noch gewinne Ne Och man Das war jetzt aber auch abnormal schwer ey Okay Schnell! Oh, ein Stimpack. Oh, schnell. Das Stimpack haue ich mir rein. So. Und dann das Red Away haue ich mir auch nochmal eben rein. Sieht die Welt doch schon wieder viel besser aus. Okay. Nagelschlagring. Ich suche einen Raider. Raider durchsuchen. Da. Sturmgewehr. Oh, Stimpack, Stimpack. Was ist das? 10mm Pistole. Munition. Zack, habe ich's. 10mm Schuss. Perfekt. Dazu wechsle ich auch mal sofort wieder. Die ist leider kaputt. Nehmen wir die. Hier sind die ganzen Ghouls. Der hat nochmal Kronkorken und der Harmonika und Schachtel Zigaretten der Ghoul. So, vorsichtig, hier läuft noch ein Ghoul frei rum. Zack, Kopf. Schuss. Scheiße. Zack. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, rote Zugticket. So, dann laufen wir mal wieder. Mal beten, dass jetzt kein Ghoul oder so kommt. Jetzt geht's wieder rauf auf eine großraubige Fläche. Das mag ich nicht. Ich mag's nicht großräumig. Ghoul. Kronkorken. Schnell reloaden. Hier oben aufpassen. Tod. Ich will keinen Stress mit einem weiteren Ghoul haben. Hier liegt ein Raider. Nehme das mit. Muss ich... Och, ich muss da runter wieder. Na super. Wo ist wieder da runter? Ja, dann gehen wir mal da runter. Hier tannt sich uns niemand. Ich muss in den benachbarten Tunnel. Vorsicht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh. Oh, meine Güte. Nehmen wir das Hundefleisch mal mit. Haben wir zum Glück jetzt noch mal wieder ein paar Stimpacks. Munitionskisten. Munitionskisten. Schuss für eine Magnum. Jawohl. Mehr Schuss für die. Der ist verschlossen. Perfekt. Jawohl. Noch mal mehr Schuss für die. Raider. Boah. Boah. Glück gehabt. Gut. Ach du scheiß cool. Geh. Oh. Kopf ab. Ich muss besser mit der Munition haushalten. Zeichwort nachgelassen. Toll. Jetzt wollte ich eigentlich gerade Folgenpause machen. Aber jetzt. Ah. Mach ich auch. Bis gleich, Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.